Zweite Gaspreisumlage droht. Bittere Nachrichten für Millionen Menschen, Rentner und Arbeitnehmer in Deutschland. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Absolut kein Scherz, es droht vielen Millionen Menschen eine zweite Gaspreisumlage. Robert Habeck, Wirtschaftsminister, hat sozusagen das grüne Signal für die Paragraphen 24 und 26 Energiesicherungsgesetz gegeben. Ab dem 1.10.2022 sollen Millionen Menschen schon zu den gestiegenen Gas- und Stromkosten eine Umlage bezahlen. Die Umlage, auch Gaspreisumlage genannt, kann zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde Gas ausmachen. Für eine vierköpfige Familie können dies schlappe 1.190 Euro inklusive Mehrwertsteuer an Zusatzkosten nur allein durch die Gaspreisumlage ausmachen, die ab dem 1.10.2022 dann monatlich fällig wird. Insgesamt wird mit bis zu 4.000 Euro im Jahr an Mehrkosten gerechnet. Laut Statistischem Bundesamt sind rund 13,8 Millionen Menschen in Deutschland arm oder armutsgefährdet. Insbesondere Rentner, Studenten, Transferleistungsbezieher können schon jetzt die gestiegenen Preise, die Energiekosten nicht mehr zahlen. Ein dingender Unmöglichkeit, wer mit 1.000 Euro Monatsrente hier entsprechende Gaspreisumlage auch noch zahlen soll. Damit nicht genug kommt Robert Habeck mit der ersten Gaspreisumlage. Diese Umlage ist bis 2024 befristet, jederzeit absenkbar oder erhöhbar. Sie soll als solidarische Maßnahme dazu dienen, dass Energieunternehmen nicht bankrott gehen. Im gleichen Atemzuge ist aber eine sofortige Energiepreisentlastung trotz aller Ankündigungen nicht in Sicht. Habeck und Lindner wollen offensichtlich, dass die Menschen in Deutschland alles aus eigener Tasche bezahlen. Wütende Proteste und massiver Druck der Sozialverbände baut sich langsam auf. Am 7. August 2022 teilte der Mieterbund Deutschland mit, dass es sogar eine zweite Gaspreisumlage geben soll. Denn auch die Gasspeicher müssen von Unternehmen gefüllt werden. Und auch das ist mit Extrakosten verbunden. Und diese Extrakosten dürfen diese Unternehmen an die Verbraucher weitergeben. Wie hoch dann die zweite Gaspreisumlage ausfallen wird, ist aktuell absolut noch unklar. Knapp sechs Wochen bevor diese eingeführt wird, dürfte die Höhe dieser Umlage bekannt gegeben werden. Nach aktuellen Einschätzungen dürfte die zweite Umlage allerdings etwas geringer ausfallen. Also nicht wirklich ein Trost, oder? Zwei Umlagen, totaler Irrsinn. Insgesamt sollen Mehrkosten von 40 Milliarden Euro durch die Menschen in Deutschland getragen werden. Der Mieterbund fordert Wohngeld bis zu einem monatlichen Einkommen von 5000 Euro und ein zweijähriges Schuldenmoratorium. Und ein Kündigungsschutz für alle Menschen, die die erhöhten Gaspreise nicht zahlen können. Kann doch nicht sein, dass die Leute, die können doch nicht dafür, jetzt vielleicht auch noch ihre Wohnung verlieren und draußen im Kalten stehen, nur weil wir nicht in der Lage sind, die Menschen in so einem reichen Land tatsächlich auch mit einem Entlastungspaket zu unterstützen. Wir sagen, das Entlastungspaket muss sofort her. Und nicht erst mit den Steuerentlastungen, die Lindner ab 2023 verspricht. Die im Übrigen an Millionen von Menschen vorbeigehen, weil diese so arm sind und logischerweise keine Steuern zahlen. Also die haben gar nichts davon, was der Lindner davor hat 2023. Kommt keine Entlastung, droht Habeck und Lindner im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Herbst 2022. Die Menschen in Deutschland lassen sich diese Abzocke nicht gefallen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.